Wer bist du? Was willst du sein? Wo andere Grenzen sehen, willst du Grenzen überschreiten. Wo andere nur die Oberfläche betrachten, willst du die Oberfläche verändern und hinter sie schauen. Du willst forschen und entwickeln, willst die Zukunft mitgestalten, willst besser sehen und anderen helfen, die Welt zu verstehen. Du willst berechnen, konstruieren, dabei sein, fühlen. Du willst die Grenzen des Digitalen kennenlernen, erforschen und überwinden. Du willst Menschen helfen, deinen Weg gehen, Materialien verändern und neu definieren. Du willst dich weiterentwickeln und finden, wer du bist. Alles, was zählt, ist deine Entscheidung. Komm an die Ernst-Abe-Hochschule Jena.